Kann ich auch noch mal durchladen? Ist durchgeladen. Ganz viel davon noch. Drei Schüsse für die und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich habe sie noch nicht gesehen, noch keinen einzigen von denen. Ist hier niemanden? Das ist jetzt noch da vorne, mehr sehe ich aber auch nicht. Ich schleiche mich mal... oder versuch mich mal. Ich steck sie ab. Ja. Hier noch, hier ist noch rund. Meine ganzen Arme Pfeile sind alle weg. Oder bist du das? Ja, du bist das, aber du hast alle meine Pfeile geschluckt. Hier sind noch mehr. Hier sind auf jeden Fall noch mehr, aber ich sehe niemanden. Ich kann mir gerade echt nicht vorstellen, wo noch einer sein könnte. Hier. Irgendwo ist ein Auto angekommen. Was? Noch nicht. Was wollen diese Scheiß-Eindringlinge? Schnappen wir uns ein und finden's raus. Scheiß raus. Lieber kein Risiko eingehen. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Da ist meine letzte Person. Okay. Das hab ich gut gelöst. Wo sollte das eigentlich die gesamte Zeit laufen? Ist immer noch irgendwo jemand. Das war's noch nicht. Noch lange nicht. Dann war's noch nicht. Wie ist der Hund? Wie ist der Hund? Lass mich nicht vorbei. Findet ihn. Das ist die Hände. Auch hier irgendwo. Ich wollte mal schnell hier reingucken. Gut. Hier drüben, am Zaun! Da rein! Breichert sie aus! Los, los, los! Fuck! Oh mein Gott. Und? Habe ich ihn gerade mit seiner Eingracht verprügelt? Also. Wir wissen sowieso, wo ich bin, also von da her. Ja, die Munition hat sie nicht fallen lassen. Ähm. Ähm. Mehr ist hier unten gar nicht, ne? Nö. Hier ist ein Einbringling! Hilfe! Wo sind meine lieben Freunde? Wo sind sie? Los, los! Lass sie nicht entkommen! Hm. Wo sind sie? Hier habt ihr auch Dingeln! Vorrücken! Gebirgern! Das ist Tom. Das ist Tom, das ist Was zur Hölle machst du hier? Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Jesse? Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Scheiße, das sind echt viele. Ja, das ist nicht Tommy. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Okay. Bereit? Ja. Hey, bitte sei vorsichtig. Okay, wonach suchen wir überhaupt? Einbringlich leicht. Ich hab den Link. Los, schauen wir nach. Ich pass auf. Wow. Ich dachte, du hast den Linken. Sag dich, du hast den Linken, wenn du den Linken nicht hast. Oh, was ist das für ein Arsch. Okay, wonach suchen wir überhaupt? Einbringlich. Ich hab den Linken. Der Scheiß wieder. Wir brauchen mehr Leute bei den Mauern. Bin ganz bei... Voll drauf. Laura? Hey, siehst du irgendwas? Alles okay? Okay. Was war das? Irgendwas geht jetzt aber trotzdem schief. Pack die Schlüssel. Auf geht's. Ich sehe. Was ist los, Leute? Steig ein und los. Okay. Jetzt geht's um gar nicht. Ich kann mehr. Ich weiß nicht. Okay. Scheiße. Ich kann Koffer abschießen. Okay. So, die sind schon mal weg. Nein. Das war ein geiler Plan Nicht Gut, ich habe jetzt keine Türen mehr Ich weiß jetzt nicht, was hier dran der super Plan war Oh, war da? Der super Plan Oh, nee, ne? Alles okay? Bin mir nie besser Okay, ich glaube, wir sind sicher Meinst du? Hier, komm Danke Hier, lange Okay Dina Hey Oh mein Gott Jess Hey, Dina Oh Hey Alles okay? Ich brauche nur eine Portion Schlaf Wir sollten reingehen Ja, okay, komm Langsam Bist du an Maria vorbei? Hat mich rausgeschlichen Ich lasse meine Freundin nicht im Stich Und du bist krank? Oh, nur Ein bisschen Bauchweh Komm Setz dich doch Nein, nein, nein Das musst du nicht machen Sei still Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs Okay Hörst du mir zu? Ja Alles gut Okay Also Diese eisige Stille Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde Du solltest dich einfach entschuldigen Ich habe nur gesagt Okay Was liegt an? Nichts Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt Mir gehen Dinge im Kopf rum Sag mir, wenn du darüber reden willst Okay So, meine lieben Freunde Ich werde jetzt eine kleine Aufnahmepause machen Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs dabei sein Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder von The Last of Us 2 Bis dahin noch einen wunderschönen Tag Und auf Wiedersehen Tschüss